Mein Name ist Daniel Schroer. Ich hatte dieses Jahr einen Vortrag auf der Jahreskonferenz QM in Frankfurt über die Revolution in der Schädlingsbekämpfung. Schädlingsbekämpfung ist für einen Audit und für einen QM ein unglaublich wichtiges, essentielles Thema. Mir ist extrem wichtig, dass Sie mit einigen Punkten nach Hause gehen, die Ihnen Sicherheit geben für Ihre zukünftigen Audits. Denn in der Schädlingsbekämpfung passiert aktuell so viel wie noch nie. Sei es Gesetze, Biozide, die verboten werden oder hochdigitale Fallensysteme, die Ihre Arbeit effizienter gestalten. All das und viel mehr behandeln wir im Vortrag. Ich möchte auch, dass es eine interaktive Geschichte wird und dass es nicht nur eine Frontbeschallung wird. Ich freue mich sehr auf den Vortrag. Also sehen Sie zu, dass Sie sich frühzeitig bei der Jahreskonferenz QM anmelden und ich freue mich, Sie kennenzulernen. Bis dahin!